So liebe Leute, das war es jetzt mit der Schonfrist. Ab nächste Woche wird wieder gearbeitet. Die Trauer bleibt selbstverständlich, aber was wäre ich für ein Vater, wenn ich meine Kinder nicht zeigen würde, dass es wieder weitergehen muss. Man kann ja nicht ewig einen Kopf in den Sand stecken. Ich möchte aber noch Danke sagen für die netten Kommentare, für die Beileidsbekundungen, für die Ratschläge, für die tröstenden Worte, dass ihr euch auf meinen Hauptkanal auf das Video geschickt habt. Vielen Dank für die Anteilnahme. Ich hoffe, ab nächste Woche sehen wir uns wieder auf dem Hauptkanal. Für euch Servus.